Hallo Jungs, ich bin trotzdem hier. Ein Hallo an alle? Oh ja! Und herzlich willkommen zu einem Jump League 1 vs. 1 und heute ist mal der Nickel dabei. Der Kalle ist zwar auch mit in der Konfi drin, aber der ist gerade andersweitig beschäftigt mit einem anderen Spiel. Also machen wir jetzt eins gegen eins. Hallo Jungs, ich bin trotzdem hier. Du bist in der Aufmerksamkeit. Freut mich da zu sein. Ja, es ist auch immer wieder schön dich dabei zu haben, auch wenn du gerade nicht mitspielst. Diese Schwulness in dieser Lobby immer, in dieser Party vor allem. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Eine Axt? Es kommt drauf an, in was für einer Dings wir spielen. Wir spielen jetzt gerade 1,8,9er PvP. Da ist eigentlich ein Schwert besser. In den neueren ist eine Eisenachs gar nicht schlecht, weil er generell eine Axt, weil sie schneller schlagen kann. Hat aber eine kleinere Range. Ich weiß nicht, nach was man da gehen sollte, nach was für Kriterien. Ich habe da keine Ahnung von. Ich kann mir beherren. Gib mir doch jetzt mal hier die Chests, ich kann die nicht öffnen. Äh, musst du ganz an der Seite sneaken und dann kannst du sie öffnen. Das ist... Ich habe bis jetzt nur Bullshit gekriegt übrigens, ne? Also die Zaun-Sprünge danach sind ein bisschen Premium auf jeden Fall. Wow, ich kriege nur Scheiße. Ich habe wirklich 16 Zombie-Fleisch. Das habe ich bei beiden Kisten direkt drin gelassen. Ich habe heute nicht geeignet gesehen. In der zweiten hatte ich gerade auch sechs, glaube ich. Mein Design-Zaun-Sprung. Wenn du durchläufst, schaffst du es. Ja. Ich glaube es jetzt nämlich auch. So, und Shep. Oh, das war dumm von mir. Hier sieht man ja sogar, wie viele Jumps-Fades man hat. Das ist ja geil, das habe ich ja noch gar nicht gesehen oder bemerkt. Mal ein bisschen gucken, weil ich kenne die Module gerade überhaupt nicht. Also, ist das das dritte oder so? Ich glaube ja, ich weiß gar nicht, wo ich da lang muss, Alter. Ne, brauchen wir Anlauf. Okay, ich bin bei Module 2 zweimal dumm, richtig dumm gestorben. Okay, da ist die Kiste. Ich habe ein Steinschwert und eine Eisenachse, die nehme ich dir auch mal mit. Nett wie ich bin, ne? Ja. Ja. Auch Module 2 schaffst du es. Geil, 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 geil. Oha, wir hätten jetzt auf jeden Fall weiterspringen sollen, also gehen wir nochmal zurück. Ach ja, bei Module 3 habe ich es immer nur bis zur Dings geschafft. Bis zur Chef. Ich habe noch keine einzige Brust. Wie viele Module 4? Wie viele Module gibt es hier? Oh mein Gott. Ich glaube 6. Du hast schon Steinschwert bzw. Eisenachse, oder? Eisenachse und Steinschwert in einer Kiste. Ich werde mit Steinschwert spielen, weil ich... Oh. Wie gesagt, wir können ja auch... Ich kann ja auch geben dann. Nein, ich habe schon Steinschwert gekriegt. Steinschwert habe ich schon gekriegt. Oh, die erste Kiste war diesmal nicht so Premium wie sonst, wenn wir 1 gegen 1 spielen, ne? Bei mir. Oh. Ich kriege im Modul 4 den einen Zaunsprung gerade nicht hin. Ich schaffe den einen auch nicht. Den, wo du denn siehst, das ist so eine... Alter, jetzt bugts gerade. Unable to locate, sign, add, bla 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 steht bei mir. Und im Bug doch der Server... Ja, stimmt bei mir auch. Zwei Maus oder so. Kann man... Ja, ja, stand bei mir auch. Kann man da irgendwie fix drücken, wie auf Jackwerk, oder? Kein. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt schaffe hier. Jetzt hat es richtig... Sneak mal ein bisschen. Immer schön vorsichtig. Das Einzige, was ich bei mir gerade steigerte, sind die Fails. Oh mein... Ich habe den Sprung zu kurz ge... Ich war genau vor der Kiste. Was, warum ist denn die Kiste erst am Ende? Ja, dachte ich mir aber auch gerade. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass ich die noch nicht hatte. Weißt du, wieso gleich vorbei? 21, 28. Hast du es geschafft? Ne. Jetzt habe ich mir aber ganz schön viele Tode an dem Modul eingefangen. Was soll ich denn sagen? Ich glaube, es ist schon... Oh! ...flash 15. Man. Kalle, man hat gerade voll deinen Klingelton gehört, alter. Ja, ihr seid halt schaden. Nö. Seh so nicht ein. Kannst du vergessen. Weißt du was? Ich spring jetzt so dumm wie ich bin, springe ich zuerst auf den Checkpoint. Nicht, dass ich jetzt noch runterfalle, wenn ich die Kiste looten will. Und dann habe ich den Checkpoint wieder nicht. Kennen wir doch schon hier. Vollkönigzentration. Digga, die Kiste kann man nicht looten, ne? Wieso kann ich die nicht looten? Kannst du die Kiste looten? Äh, ich bin gerade an den Sprung gescheitert, davor. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Die Kiste war jetzt echt heftig, Digga. Alter Schwede. Die war heftig. Die war richtig heftig. Steinswert hast du ja. Ja. Hast du dir gesagt. Okay. Oh, ey. Ne, jetzt bin ich irgendwie raus aus dem Rhythmus. So, das hatte ich ja schon den Sprung. Schaffen wir vielleicht auch noch das nächste Modul? Aber wir kriegen wenigstens die Kiste, das wäre natürlich auch Premium. Egal. Oh, ne, ist die Map. Ich weiß noch nicht mal, was die... Oh ja, die hatte ich mit Kalle, glaube ich, auch. Ich bin runtergefallen und habe direkt Schaden gekriegt. Mein Gott, hast du schlechte Rüstungen bekommen. Ich habe nicht mal eine Angel, die soll ein Jumorkrieger. Dann war es schlecht von mir. Alles klar. Unbekommen, Digger. Ah, jetzt ist doch irgendwas intus. Ja, ein Apfel. Hä, wo brauchst du ihn? Die kann man ja gar nicht nehmen. Hä? Ich konnte die... Was? Ich konnte die Suppe nicht nehmen, Digger. Ich hatte eine Suppe. Wie kann man die nehmen? Ich weiß nicht mal, wie man die Suppe nehmen kann, Digger. Ich überlege gerade, wie... Na ja, eigentlich so wieder essen drückst du. Ja, ging nicht, ging nicht. Er hat damit irgendwie nichts gemacht. Ich wollte das nämlich gerade mal ausprobieren im Kampf, aber... Ich hatte noch nie Suppe. Ach nee, 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 nee. Hat aber schnell reagiert. Aber, ja. Es liegt nur an dieser scheiß Brust. Das wolltest du schon wieder? Nee. Ja, die zweiten, also den letzten Tod, den ich gerade hatte, der war echt mein Fehler. Schlecht gespielt von mir. Aber trotzdem ein schönes GG und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss. Auf Wiedersehen. Haut da rein und bis zum nächsten Mal.